das ressource pack ja 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 macht er dann schon wie versteller bei mir ist alles nicht jetzt machen jetzt aber ich habe auch keine ahnung was soll das jetzt ich musste wahrscheinlich oft die dinge rauf oder wie ich kenne diese ganzen dinge nicht so soll das ich will nicht immer tot sagen wieso sterb ich denn hier immer versteht gar nicht irgendwie schießt man damit ich habe keine ahnung energie kann wie schießt man damit er kann man kann ohne fragen wir mal so kann ich schießen damme ok amon her ok keine munition und wieder nach munition her ja muss ja wissen wo man zu gibt ich fahre immer runter und dafür scheiße und dafür blöde spiel kann hier keine munition aufsammeln weil ich immer gleich sterbe blöde spiel ich habe wieder gar keine waffe und kriege ich jetzt waffe er kennt ja das spiel ich nicht das spiel das spiel du blut boxes steckt wie kann ich den boxen das ist was wir dann zu nächsten box springen absolut kann aber keine platze bauen ich bekomme ich dann zunächst ein box wenn es nicht mal so ihr müsst mir das auch mal ausprobieren lassen ich habe keine ahnung von diesem spiel so ist richtig aha was das da kann ich ja hinbeam cool dann komm ich drauf oh hat er nebengeklickt heiß 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 wow 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 und tschüss aha so wo komme ich denn hin ich muss mal hier hin ja komm so ja haben sie mir den Block weg gemacht oh die Schweine haben sie mir den Block weg gezaubert ich penne hä ich kenne die Waffe nicht aus ja doch jetzt hm 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 wie habe ich das mit vorhin gemacht scheiße hm hm jetzt habe ich hier nichts in der Kiste hier ja ich denke die hätten mir vorher das Spiel erklären sollen wie es geht ich glaube ich muss da hinten immer hin wo die Boxen und diese Dinger sind und dann kriege ich auch Loot hm so aha genau was kann ich damit machen wenn ich damit benutze ach quatsch ah ich kann ich fliegen oh 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 ist das nervig das hat sich ziemlich verrückt was ist das was muss ich hier hin ist das Musition oder was hm hm was ist das denn hier Amon aber wie nutze ich die so so ich meine wie so ich habe keine Ahnung wie es funktioniert so habe ich ihn erwischt ne da hüpft er noch da hüpft er noch da hüpft er noch hopp zack ah tschüss ja 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 so kann es kommen hi 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 du auch ein blindes Huhn findet man keinen Korn ich bleib mal hier schön hier das ist eine gute Position hier campe ich jetzt erstmal ein bisschen da oben ist er aber ich habe keine Munition mehr ach schade jetzt muss ich mal sehen jetzt habe ich gar nichts mehr ne jetzt haben wir das Spiel verlassen aua ho ho lump der der lump der hat er mich ja die Runde mache ich noch zu einem bei euch ich wollte es einfach mal gemacht haben mein Sohn hat sich irgendwie da so Server aufgesetzt ähm ich habe keine Ahnung also ich habe jetzt auch keine Munition mehr wie komme ich denn da hin ich muss jetzt wo ich da rüberkomme hier ich habe es gesehen das Ganze die Mittelalter ab ah ah dann hier nein daneben oh daneben wieder scheiße man trifft die Dinger einfach nicht ah ich brauche aber Loot wo komme ich denn eine Lootbox ran hier was ist das eine Brücke ah der geht da drauf ah macht das aber jetzt weg ach die verschwindet und ist daneben gefallen jupf ist daneben gefallen ich muss nochmal da hin hopp ah ich habe vergessen zu hüpfen nein ich vergesse zu hüpfen ich trottel hm wo sind die Loots die Loots sind viel zu weit auseinander ich schicke ich das Bild direkt zu den Eltern nach London so so was kann das hier oh Mann Penner ja äh fail ach so der schießt mich da oben ah gut wa ja ja wenn ich jetzt hier nee ich lande nicht da wo ich hin will äh super hm 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 Hmm, wo ist der Bengel? Na gut, dann gehen wir zur nächsten Route. Komm ich da so rüber gehüpft? Wow, ich hab's schon. Hüpf, Level, Hop. Wow, hier hab's auch noch. Hüpf, hüpf, hoi. Was ist das? Ich hab überhaupt keine Ahnung, was ist das? Ah, da schießt man irgendwie mit oder was? Der lässt verschwinden, ah. Aha, aha, aha. Ah. Oh, ich hab vergessen, hier ein, äh, Ding zu bauen. Oh, schon wieder zähne. Okay. So. Raus. Hä? Hä? Wie leben haben wir? Fünfzehn leben jetzt. Oh Gott, oh Gott. Ja, ähm, ähm, ja. Ich denke, ähm, den nächsten Kampf wird ja in der nächsten Folge sehen. Mal gucken, wie das wird. Wie, 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 wie.